Ihnen ist eine Seite gerissen. Was tun? Als erstes versuchen Sie, dieses abgerissene Ende vom Wirbel zu entfernen. Gegebenenfalls können Sie auch eine kleine Zange zur Hilfe nehmen, um dieses Ende rauszuziehen. Anschließend nehme ich das gerissene Ende vom Stift weg und ziehe die Seite mit der Öse von dem Stift runter. Bevor ich jetzt eine neue Seite aufziehe, muss ich erstmal den Stimmenwirbel in seine richtige Ausgangsposition platzieren. Jetzt im Moment sind die Wirbel optisch alle einigermaßen auf einer Höhe und ich muss den Wirbel links herum ins Holz reindrehen, weil er beim Aufziehen der Seite wieder rauswandert. Das mache ich ungefähr zwei, drei Umdrehungen, bis ich zwischen der Bohrung im Stimmenwirbel und dem Holz einen Abstand von etwa 5 mm habe. Das ist etwas, was wohlgemerkt gilt für alle Wirbel mit Linksgewinde. So sind unsere Instrumente aus der Klangwerkstatt ausgerüstet. Es gibt auch Instrumente, die mit Rechtsgewinde ausgestattet sind. Da ist die Sache ein bisschen anders. Beim Aufziehen der Seite wird erstmal die neue Seite mit der Öse auf den Anhängestift drauf gesteckt. Und da ist es jetzt ganz gut, wenn Ihnen jemand hilft und den Daumen drauf hält oder wenn Sie ein anderes Werkzeug haben, zum Beispiel ein solches Klemmerchen, wie wir es verwenden in der Klangwerkstatt, um die Öse zu fixieren, damit sie nicht wieder abrutschen kann. Die Seite, die ich aufziehen will, liegt jetzt neben dem Stimmenwirbel. Und als erstes prüfe ich mit einem Messwerkzeug, ob der Überstand der Seite über den Wirbel ungefähr im Bereich von 6 bis 7 cm liegt. Das ist jetzt hier gut so. Und dann fädele ich die Seite ein. Ich stecke sie in das Loch, das sich im Stimmenwirbel befindet, so dass sie ungefähr 5 mm rausschaut. Fixiere dieses rausschauende Ende mit dem Zeigefinger. Und mache jetzt eine Wicklung entgegen dem Uhrzeigersinn über den Wirbel. Mit der linken Hand halte ich die Seite auf Spannung, indem der Zeigefinger die Seite am Wirbel runterdrückt auf das Sattelholz und gleichzeitig der Mittelfinger oder der Ringfinger oder auch der kleine Finger dafür sorgen, dass die Seite schön straff bleibt. Und jetzt nehme ich den Stimmschlüssel, stecke ihn auf den Wirbel und mache eine halbe Umdrehung rechts herum. Soweit, bis dieses herausschauende Ende in Richtung Seitenverlauf zeigt. Und dieses Ende kann ich jetzt entweder mit dem Finger, mit dem Daumen nach unten senkrecht abknicken. Ich kann aber auch ein Hölzchen zur Hilfe nehmen. Und schaue, dass ich damit eben dieses Ende so senkrecht wie möglich dicht am Wirbel runterknicke. Hier stecke ich den Stimmschlüssel wieder auf den Wirbel und drehe jetzt rechts herum weiter und versuche dieses abgeknickte Ende einzufangen mit der Seite. Und sollte mir das nicht gelingen beim ersten Anlauf, dann habe ich bei der nächsten Runde wieder die Möglichkeit. Aber hier hat es schon ganz gut geklappt. Und jetzt drehe ich einfach rechts herum weiter, schaue, dass die Seite immer schön dicht unten am Sattel anliegt. Und am Ende, bevor sie richtig auf Spannung kommt, ihren Platz findet in der Kerbe, die ja schon zuvor entstanden ist durch die alte Seite, die mir gerissen war. Und wenn ich jetzt Spannung habe, ist Vorsicht geboten. Vorsicht, dass mir die Seite nicht wieder reißt. So, und da bin ich nun am Ende. Dort wollte ich hin.